JETZT Hii, kleines Hündchen Bäh, wie es aussieht Hier können wir wieder hoch Hier ist Wasser, irgendwie so Noch ein kleines Hündchen, das ist gerade Ach so Geh weg, Mann Mag dich nicht Warte, wie viele denn noch? Was machst du da hinten? Komm her So Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas ist oder so Hier kann man tatsächlich irgendwie Wohl auch nicht Okay Hab ich geirrt Wie so oft Ich höre immer noch irgendwie Geräusche von einem Vieh Aber ich hab keine Ahnung Wo Okay, kann man irgendwie an Und dann Ich weiß nicht, ob er hier dann kann Hier kann man irgendwie runter Hier ist aus Was Was ist hier? Eine Treppe Na du Wie geht's dir denn heute? War da Voll die Kugeln rein, aber irgendwie Hilfts nichts Gut, dass hier Energie ist Beziehungsweise Ein bisschen Heilung Wie geht's Wie geht's Und da komme ich Und was ist das hier jetzt? Ach nee, das ist hier Hier? Ist gar nichts drin Okay Okay, warum? Was ist das schon? Ah, ich hab mich grad geheilt Hier agnostiziert Automatische Medizinsysteme Infaktiviert Bitte, 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 bitte Hey komm, jetzt sterbe ich ganz kaum Hier agnostiziert Hä? Ich dachte eigentlich, ich könnte irgendwie da hoch Oder so Hier ging's ja noch weiter runter So Ah, was ist das? Kann ich die einfach sprengen? Fertig Also die Viecher haben's Kommst du jetzt rein? Ja, man kann die auch dürfen, ja Das kann man auch Ähm, gut Oh, ich glaub, tue mir weh Komm her, komm her Heißt ja irgendwie sowieso, also Ganz gut Ist aber auch sonst nichts Ah, was für kleine Würmchen, oder? Da lebt noch einer Hi Sterb Da müsste ich ja jetzt hier auch eigentlich was anmachen können Ich geh einfach hier aufs Büsch Hier auf der Brille Das müsste ja jetzt funktionieren, oder? Und es funktioniert Scheinbar Scheinbar Und On On Da läuft jetzt auch der Mediator auf meinen Seiten Das sieht doch ganz gut aus Aber Ich höre schon wieder diese komischen Robots 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 Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss Die sind glaub ich da oben, ne? What the hell? Oh, oh, oh Da So ihan verknirls Na? Da 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 daia Da leer einfach drauf so lange ich meine geht also geben ab und so kann ich da ja darauf ballern bis zum geht nicht mehr das gleiche sieht das ding hier und auch schade sind wieder aufhüllt was hier muss ich jetzt hin hier war ich jetzt zu ende ich glaub schon ich glaub da ging es ja nirgendwo mehr lang weil hier ist doch auch nichts mehr cool ist noch das habe ich auch gerne ähm weißt du was obwohl es bringt ja eigentlich gar nichts ich glaube da muss ich wieder zurück ich höre jemanden laufen 100% jetzt nicht wieder runterfallen das ist nicht so lustig war hier noch irgendwas ist auch keine tür oder so ich hätte mal das jetzt hier dahinter irgendwas sein wird hier oben darf ich ja nicht hier ist ja irgendwie weiter hoch und rüberspringen das kann ich ja so gut was hab ich gesagt kann ich ja so gut ich hab zwar gedrückt aber das ja ich gar nicht lang ich weiß immer noch nicht wofür das ding ist aber der feuert auch bis zur endlichkeit also ich sollte mal versuchen nicht so zu sterben da war irgendwo war noch so eine da hinten da muss ich nicht so oder so dahin bin mir gar nicht so sicher ich weiß immer noch nicht was das ding gemacht hat okay also darunter spring ich auf keinen fall kann ich hier hoch kann ich hier hoch kann ich hier hoch kann hier war das rohr da habe ich auch nicht hin dass der durch sie ist überhaupt nicht irgendwie ist gerade so ein bisschen fehlerhaft also ich laufe raus aber ich darf nicht hin ich glaube da fehlt irgendwie so ein bisschen was hallou da hinten ist die bahn wo ich hin muss was das was bringt bin mir nicht sicher irgendwie nicht das kümmert den überhaupt nicht ich kann ja auch nicht so rennen ich möchte da gerne hin aber ich könnte höchstens versuchen durch das durch das fenster zu springen ich weiß nicht ob ich jetzt mal gucken ja klar soll ich versuchen da 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 hau 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 ich war doch hier schon etwas anders jetzt sterbe ich oder was habe ich doch toll ja der ist so schnell einfach heilen bis jetzt aber ich habe doch hier guck da liegen noch alles ist doch alles an und es dreht sich was war es denn dann was ich gerade angemacht habe weil sonst geht es ja auch nirgendwo mehr lang das nehme ich auch gerne mit und dann wieder runter wo sonst hier komme ich ja nicht hoch hier ist ja irgendwie was unsichtbares hier liegen alle toten rum also hier das kann ich mit dem und da müsste ich jetzt eigentlich rüber um die plattform zu drehen dann wenn der wagen drauf steht aber wie soll ich das machen ich renne vorhin super idee super idee super idee naja ich habe es noch nicht gedreht ob ich da gespeichert habe leute 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 also ich muss erst wieder zurückdrehen so wie es am anfang war dann hier rüber springen und irgendwie es schaffen den wagen in die mitte zu bekommen ich habe nur keinen plan wie und da habe ich angst hinzugehen weil äh nein nein ich lebe noch ich lebe noch auf der der g versorgung ist nicht eingeschaltet auf der der g versorgung ist nicht eingeschaltet wo muss ich die kuchen auf der der g versorgung ist nicht eingeschaltet auf hi hi